hallo und willkommen leute zum ist der part von minecraft a terra zum sechzehnten und ich war im blog drin ok und ja heute bin ich mal sehr gespannt wie es jetzt weiter geht wir entstarten jetzt kurz die pgx was weiß ich auf efficiency passt schon und wir kriegen einfach keine protection auf unsere bücher wissen das ist kacke jetzt aber mal protection ja nice machen wir mal auf die schuhe so perfekt noch was noch mal protect ja nice wie viel level drehst am rad oder was und ja ihr könnt vielleicht an aber ja ich bin mal echt gespannt auf ihr equipment ich hoffe wirklich 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 dass sie beide nicht full die ich habe eine folge letztes von ihnen gesehen da hatten sie beide nur full full nur full iron gott und wieder ist es nacht ganz ehrlich ich schrei gleich wasser die frage ist brauche ich ein fire resistance potion ich glaube erstmal nicht ja wie okay ich sehe sie ja gar nicht kannst du cordis sagen klar kann ich das ach ja stern schnuppen wie schön da hat jemand lange weile gehabt und ich zitter immer noch obwohl es hier verdammt auf dem raum drin ist wieso will mein körper zu dekapieren ah oder besser gesagt mein geist ich atme wieder ruhig ein und aus alles gut solange du wild bist das ist ein enderman der kann mir vielleicht eine ender pearl offerieren diese zittern das zittern ist echt nicht normal leute wie soll ich damit irgendjemanden treffen das ist tatsächlich eine ernst gemeinte frage wo bleiben die denn ich meine die welt ist doch nicht so groß wo sollen die sich denn schon großartig versteckt haben ich habe keine ahnung und ich werde es wohl auch so schnell nicht rausfinden ich glaube ich wecksele mal meine haltung hier auf einmal dass da jetzt nichts passiert ich hoffe ihr hört das auch nicht zu doll aber ich hoffe mal in der haltung bin ich jetzt zumindest ein klein bisschen besser gewärmt genau weiß ich es nicht aber wo stecken die denn so groß ist die map doch nun wirklich nicht mehr ist noch ein enderman den holen wir uns doch glatt digga was ist denn das ich will doch nur den endern lassen wir das was ist denn das hier man warum ist mir so kalt ich dachte nochmal soll ich die heizung auf 3 drehen oder was 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 ist denn das für eine scheiße hier eigentlich mit den monstern meine ich jetzt cool hier steht ein ambush nehm ich einfach mal mit kann ja nicht schaden also mir nicht ich verstehe es so ähnlich ich kann auch anscheinend nichts dagegen tun mir ist einfach kalt wir sind seit 5 minuten auf dem server und die brauchen seit 5 minuten sind die dabei uns zu finden da drüben horizon ja go oh das ist ein monster ok ok hat mir nichts gezogen ey diese monster verdammt verpisst euch Drecksmonster ich bin nicht mehr im kampf ja herzlichen Glückwunsch ok die zieht mir echt nicht jetzt so viel ich meine das geht echt klar ist der eine gerade in Lava gelaufen und lege ich schon wieder oh jetzt habe ich einfach nicht aufs Skelett gegangen ok ok ich bin doch recht full eigentlich oh diese scheiß mobs ne ehrlich drecksmobs verpisst euch ganz ehrlich haltet euer Maul und leck nein ich time auf was ist es natürlich natürlich muss sowas im kampf passieren das war doch das war doch so klar wo ist der Typ hin ach da oben die frage ist wäre es wirklich klug mich rein zu supporten weil ich meine ich bin fast ich bin am verrecken verdammt hat er schon irgendwas vorbereitet perfekt hä ach so er ändert ich dachte schon höh was ist jetzt los also ich kenne ja 1-8-Bucks aber dass er einfach unsichtbar wird da hinten du entkommst mir nicht mein freund ne er entkommt mir nicht die frage ist goldapfel und rein oder ohne goldapfel ich meine wir holen ja auch so auf da da nice der Typ hat fuck diese mobs ganz ehrlich perfekt noch ein hit verdammt verdammt das liegt mir im dacke verdammt jetzt im dacke nur schlapp wooo auch wooo nicht we re wooo wooo hel wooo we wooo kaum Schaden bekommen von denen. Power 2, boh, ja, das ist ganz nice. Oh Gott, meine Hände brennen richtig. OMG. Mann, 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 Mann. Ja, äh, schön. Ja, ich will meine scheiß Gold, danke. Hier kommt alles rein, alles rein, alles rein, alles rein. Protection, Alter, ist die kaputt. Äh. So. Sehr nice, auf jeden Fall. Also, was haben wir hier den nützliches, ähm, so. Ah, eigentlich aus den Power 2-Bogen jetzt eine Dia-Hacke. 17 Gold noch. 17 Gold sind, okay. 12 Eisen, das reicht immerhin noch für einen neuen Block. Denn ich muss ja auch meine Blöcke wieder auffüllen, weil nach und nach werden die ja immer leerer, leider. Ne, es ist Eisenerz. Ach ne, hier ist das Golderz. Okay, gut, 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 gut. Okay, dann gehen wir mal gucken, was Horizon so dabei hatte. Der ist ja auch noch da, den dürfen wir ja nicht vergessen. Der Port liegt noch nicht weg. Nice. Die Enderperle haben auch ersetzt bekommen. Und Gold haben wir wieder nicht verschwendet. Yeah. Also, einzige Kampfausgaben waren eine Enderperle. Ja, wahrscheinlich. Ach, hinter sich in diese Lava reingelaufen bin, das war bad. Aber ansonsten lief der Kampf doch. Horizon wieder nur mit Bogen geholt. Mann, Mann, Mann. Was ist hier gerade passiert? Wirklich. Was ist hier gerade passiert? Das frage ich mich. Und das, denke ich, frage ich mich völlig zu. So. Teamkiste von Alles klar. Bauen wir mal ab hier. Chat so ganz gerne. Nämlich Kiste. Also die Kiste 10. Da, perfekt. Und zwar hätte ich sie gerne für Wo sind seine Sachen jetzt auf einmal? Nein! Der Sekunde despawnt. Come on. Das ist ein Scherz, oder? Okay. Power 1 Boom nicht. Okay. In der Sekunde despawnt. Läuft. Ach, nee, du. 30 Öfen. Okay. Ähm. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall eine Menge Kohle. Drei Stück. Okay, eine Menge. Ja, gut. Ah, da, 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 la, 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 la. Ah, ja, mir geht's gut. Ah, Protection Buch. Noch ein Protection Buch vielleicht. Nee, schau, das ist da. Okay, gar nichts anfangen. Sorry. Efficiency und vielleicht noch ein Protection Buch. Nö. Okay, dann nicht. Und, ich glaube, wir sind ab jetzt ambitiell Full Gear mit Protection 2. Perfekt. Ja, alles Protection 2. So. Läuft. Dann vielleicht noch machen wir noch das Power-Geschäft hier. Zwei davon. Und 8 Stück reichen, jo. Hätte ich also auch mal wieder eins machen müssen, aber hat mir wieder falsch gerechnet. Bitte verlassen Sie sofort mein Inventar. Danke, danke. Wo ist denn jetzt der Zaubertisch da? Power 1. Ich habe das da rausgeworfen. Danke, dass das nicht anerkannt wird. Und Power 2. Äh, nochmal Power 1. Jo. Verkraft mir das zusammen. Und dann Power 2. Ey, das ist so ein Stress hier. Hashtag Hashtag die Kreuz Ritter. Nice. Genau so soll das aussehen. Und da packen wir jetzt erstmal unsere Power-Sachen rein. Zwei Sticks genau ruhig rein von mir aus. Und einfach wirklich dieser ganze Crap, den wir nicht dauerhaft brauchen. Ich habe es der Gold. Nice. Doch, doch. Schon nice. Ah ja. Schon geil. Doch, doch. So, den Rest brauchen wir ja noch. Wie wäre es eigentlich mal, wenn ich mal brauche, äh, nochmal hier neu, ähm, ihr wisst schon. neue, neue Tränke mache und zwar Schadens-Tränke. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Ja, das wär's. Was haben wir denn hier eigentlich? Auch eine Kiste. Mit mehr oder weniger guten Sachen. Oh, Moment, war da ein Flint drin? Flint nehme ich immer gerne. Und da drüben ist ein Schwein. Schweine nehme ich auch immer gerne. Am liebsten von den Mühen. Okay, Spaß. Oh mein Gott! Ja, Leute. Ähm. Ich war gerade für eine kurze Zeit in Trance, weil das, was sich da gerade abgespielt hat, nicht normal war. Alter Schwede. Nein, mein Zaubertisch muss da jetzt stehen bleiben, oder? Krieg ich den noch? Krieg ich den noch? Krieg ich den noch? So. Das war's von die Part, Leute, wir haben wieder gekämpft und gewonnen. Guter Kampf nochmal hier an Horizon und Apex MX. Ich freue mich schon auf die nächsten Part, Leute, auf den 17. Bis dahin, ciao!